Lake-Effekt und Windchill. Jetzt wird es in einigen Regionen Deutschlands noch mal kritisch und wir schauen uns die Niederschlagsummen bis einschließlich Mittwoch an. Da sehen wir, dass zunächst noch hier über der Mitte Deutschlands einiges fällt, aber dann bilden sich hier solche keilförmigen Schauerstraßen, muss man sagen, von der Ostsee Richtung landeinwärts aus. Und das ist eben der sogenannte Lake-Effekt. Das noch relativ warme Ostseewasser, noch Temperaturen so knapp über 0 Grad, wärmt diese Eisluft von unten an. Dadurch wird die Luft labellisiert, es entstehen Schauer und da können sehr eng begrenzt in kurzer Zeit sehr große Schneemengen, teilweise 20, 30 Zentimeter zusammenkommen. Und dann spielt natürlich der Wind noch eine Rolle, der ist auch genau hier im äußersten Norden am stärksten und das bedeutet, es kommt zusätzlich zur Glätte durch den Schnee, auch zu Schneeverwehungen. Die Temperaturen, die wir messen, die sind gar nicht mal so tief an den Küsten, so minus 1 bis minus 4 Grad. Hier über der Mitte ist es mit minus 3 bis minus 12 Grad am kältesten. Ganz im Süden, da liegt noch die mildere Luft, da geht es tagsüber auf jeden Fall noch leicht ins Plus, also da wird der Schnee wirklich erst so oberhalb 600 Meter so richtig liegen bleiben. Ja und zum Thema Windchill, das ist eben die Kombination aus Wind und dieser Eiseskälte. Da sieht man, dass sich minus 3 Grad bei 60 kmh ungefähr wie minus 13 Grad anfühlen, also auch im Norden, wo es eigentlich nicht so kalt ist, ist es doch gefühlt wirklich eisig. Animiert sieht der Dienstag so aus, dass wir eben hier diese Schauerstraßen haben im äußersten Norden, ansonsten so ein bisschen unorganisierte Schneefälle in weiten Teilen Deutschlands. Aber die Schneemengen, die halten sich auf jeden Fall in Grenzen, aber verbreitet wird es eben glatt. Zwischen den Schauern im äußersten Norden, aber auch im Südwesten und im Westen kann mal ein bisschen die Sonne durchkommen. Zum Mittwoch, da haben wir dann den Schnee dort, wo wir bisher eigentlich überhaupt nicht hatten oder kaum hatten, nämlich in der Südhälfte, direkt am Alpenrand vielleicht anfangs noch Regen, ansonsten weiterhin mit dem Lake-Effekt die Schauer, ansonsten in Deutschland etwas ruhiger und immer noch frostig.